Hallo, heute werden wir sehen, wie die Elemente in den Mineralien angeordnet sind und was für Strukturen sich daraus ergeben. Zu Beginn möchte ich euch drei verschiedene Mineralien zeigen. Hier sehen wir einen Andalusid, dann haben wir hier in Weiss das Mineral Silimanid und dann noch in Blau das Mineral Disden. Drei verschiedene Mineralien also. Wenn wir eine chemische Analyse dieser drei Mineralien machen, dann erhalten wir in allen Fällen jeweils das gleiche Resultat. Bei den drei Mineralien handelt es sich um die Substanz Al2SiO5. Wie ist es denn möglich, dass ein und dieselbe Substanz drei ganz unterschiedliche Mineralien hervorbringt? Wir sehen hier ein Druck-Temperatur-Diagramm. Wenn wir uns anschauen, in welchen Gesteinen die drei Mineralien von vorhin vorkommen, dann sehen wir, dass Andalusid in Gesteinen vorkommt, die bei hohen Temperaturen und niedrigen Drucken gebildet wurden. Die Sten finden wir in Gesteinen, die bei sehr hohen Drucken und eher niedrigen Temperaturen gebildet wurden. Und Silimanid findet sich in Gesteinen, die bei sehr hohen Temperaturen und verschiedenen Drucken gebildet wurden. Wir sehen also, dass abhängig von Druck und Temperaturen, Al2SiO5 unterschiedliche Mineralien bildet. Man nennt dieses Phänomen Polymorphie. Die Polymorphie kommt zustande, weil sich die Struktur bzw. Anordnung der Atome in einem Mineral ändern kann, abhängig von Druck und Temperatur. Da unterschiedliche Strukturen zu Festkörpern mit unterschiedlichen Eigenschaften führen, führen sie somit zu unterschiedlichen Mineralien. Wir schauen uns im Folgenden die Struktur von Mineralien etwas genauer an. Wir können uns die einzelnen Atomen in Mineralien vereinfacht als Kugeln vorstellen, insbesondere wenn die Bindungen überwiegend ionischen Charakter haben. Ich habe hier ein paar Kugeln, die alle gleich gross sind. Wir schauen jetzt mal, wie viele Kugeln wir um eine Kugel herum platzieren können. Wir nehmen nun diese Kugel und platzieren die anderen rundherum. Wir haben nun sechs Kugeln um diese Kugel in der Mitte. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich auch noch drei Kugeln darüber packen. Jetzt haben wir noch drei Kugeln über diese Kugel in der Mitte. Ebenfalls könnten wir noch drei Kugeln darunter platzieren. Dann hätten wir total zwölf Kugeln um diese Kugel in der Mitte. In der realen Welt der Mineralien sind allerdings die Kugeln bzw. Ionen nicht immer gleich gross wie hier. Die Anionen, in den meisten Fällen Sauerstoff, sind oft grösser als die Kationen. Sagen wir, diese grossen Kugeln sind unsere Anionen. Hier habe ich eine etwas kleinere Kugel, das wäre unser Kation. Jetzt funktioniert die Anordnung von vorhin nicht mehr. Das Kation ist zu klein. Stattdessen können wir aber das Kation im Zentrum eines Würfels aus Anionen platzieren. Wir haben hier das Kation über vier Anionen. Wenn wir darüber nochmals vier Anionen platzieren würden, dann hätten wir das Kation im Zentrum eines Würfels und es wäre von acht Anionen umgeben. Wenn das Kation nochmals kleiner ist, dann ordnen sich die Anionen in Form eines Oktaeders um das Kation an. Wir haben hier das kleine Kation und hier fast einen Oktaeder. Es fehlt nur noch die eine Kugel am unteren Ende des Oktaeders. In diesem Fall wäre das Kation dann nur noch von sechs Anionen umgeben. Und wird das Kation nochmals kleiner, sitzt es im Zentrum eines Tetraeders. Wenn ich jetzt darüber nochmals eine rote Kugel platzieren würde, hätten wir einen Tetraeder und das Kation wäre von vier Anionen umgeben. Und wenn wir ganz kleine Kationen haben, dann sitzen sie entweder im Zentrum eines Dreiecks aus Anionen oder direkt zwischen zwei Anionen. In der realen Welt der Mineralien kann es sehr schnell kompliziert werden, da wir auch mal fünf oder mehr verschiedene Kugeln, also chemische Elemente, haben können. Wie können wir nun am einfachsten die Strukturen der Mineralien beschreiben? Schauen wir uns dazu das Beispiel des Halits an. Wir sehen hier die Struktur von Halit. In einem Halitkristall sind Natrium und Chlorionen ziemlich simpel angeordnet. Wie können wir diese Struktur beschreiben? Wir machen das mit dem kleinstmöglichsten Ausschnitt der Struktur, in dem alle Informationen zum Aufbau des Kristalls bzw. Minerals vorhanden sind. Für den Halit sieht das so aus. Wir nennen diesen Ausschnitt Elementarzelle. Die Elementarzelle des Halits ist dieser Würfel aus Natrium und Chlorionen. Wenn wir viele solcher Elementarzellen dreidimensional aneinanderreihen, ergibt sich das Kristallgitter, das wir vorhin gesehen haben. Wie schon gesagt, bildet im Fall des Halits die Elementarzelle einen Würfel. Ein Würfel kann man beschreiben mit drei gleich langen Kanten A, B und C sowie den drei Winkeln Alpha, Beta und Gamma, welche alle 90 Grad sind. Natürlich bilden die Elementarzellen verschiedener Mineralien bzw. Kristalle nicht immer Würfel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Genau genommen sieben in der Welt der Kristalle. Daraus ergeben sich sieben Kristallsysteme, welche wir uns nun anschauen. Die Kristallsysteme unterscheiden sich in den Längenverhältnissen von A, B und C sowie den Beträgen der Winkel Alpha, Beta und Gamma. Wir sehen hier die sieben Kristallsysteme und gehen diese jetzt kurz durch. Aber keine Angst, an der Prüfung müsst ihr nicht wissen, dass zum Beispiel im tetragonalen System A gleich B ungleich C ist und dass Alpha, Beta und Gamma alle gleich 90 Grad sind. Wichtig ist einfach, dass ihr das Konzept hier hinter versteht. Der Halit, den wir bereits kennen, gehört dem kubischen System an. Hier sind alle drei Kanten bzw. Achsen gleich lang und die Winkel Alpha, Beta und Gamma betragen 90 Grad. Zum kubischen System gehört zum Beispiel auch der Fluorid, der oft schöne Würfel bildet. Wenn wir vom kubischen System aus die Länge der C-Achse verändern, bzw. nur noch A gleich B, aber C einen anderen Wert hat, so sind wir im tetragonalen System. Die drei Winkel betragen noch immer 90 Grad. Das Mineralzirkon, welches wir im letzten Video kennengelernt haben, gehört zum Beispiel zum tetragonalen Kristallsystem. Im orthorhombischen Kristallsystem sind die drei Achsen A, B und C unterschiedlich lang. Die drei Winkel Alpha, Beta und Gamma sind aber noch immer 90 Grad. Das Mineral Topaz, welches wir im ersten Video bei der Härteskala gesehen haben, ist orthorhombisch. Im hexagonalen bzw. trigonalen Kristallsystem sind A gleich B, welche wiederum ungleich C sind. Alpha und Beta sind 90 Grad, Gamma beträgt nun aber 120 Grad. Apatit ist ein Beispiel eines Minerals, das in diesem System kristallisiert. Den Apatit haben wir ebenfalls bei der Härteskala kennengelernt. Auch der Quarz gehört zu diesem System. Hier im rhomboedrischen System sind die drei Achsen genau gleich lang. Die Winkel Alpha, Beta und Gamma haben ebenfalls den gleichen Betrag, dieser ist jedoch ungleich 90 Grad. Ein Beispiel eines rhomboedrischen Minerals ist der Korund, den wir ebenfalls bei der Härteskala kennengelernt haben. Im monoklinen Kristallsystem haben A, B und C unterschiedliche Werte. Alpha und Gamma sind beide 90 Grad und Beta hat einen anderen Wert als 90 Grad. Ein Beispiel für ein monoklines Mineral ist Gips. Das letzte System ist das Trigline-Kristallsystem. Hier sind alle Achsen unterschiedlich lang und alle Winkel haben unterschiedliche Werte, wobei keiner der Winkel den Wert von 90 Grad hat. Der Albit ist zum Beispiel triclin, allerdings nur bei niedrigen Temperaturen. Bei hohen Temperaturen ist Albit monoklin. Das heisst, wenn Albit bei hohen Temperaturen in einem Magma kristallisiert, dann bildet sich ein monokliner Kristall. Beim Abkühlen wird an irgendeinem Punkt aber die tricline Symmetrie stabiler und der Albit wechselt zu triclin. Dieser Wechsel findet auf atomarer Ebene statt. Der Kristall selber ändert seine äussere Form natürlich nicht. Wir haben ja zu Beginn des Videos gesehen, dass die Substanz Al2-SCO5 je nach Druck und Temperaturen unterschiedliche Mineralien bildet, nämlich Distain, Silimanid und Andalusid. Diese unterschiedlichen Mineralien kommen zustande, weil sich je nach Druck und Temperatur die Atome in Al2-SCO5 unterschiedlich anordnen. Andalusid und Silimanid sind zwar beide orthorhombisch, haben aber trotzdem eine andere Anordnung der Atome. Die Sten ist triclin und kristallisiert damit in einem anderen Kristallsystem als Andalusid und Silimanid und hat dadurch natürlich auch eine andere Anordnung der Atome als Andalusid und Silimanid. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel von Polymorphie an. Graphit und Diamant. Das Element Kohlenstoff bildet bei niedrigen Drucken das Mineral Graphit. Graphit ist schwarz, ziemlich weich und hexagonal. Hier sehen wir die Struktur des Graphits. Er bildet übereinander liegende Ebenen aus Kohlenstoffatomen, welche kovalent miteinander verbunden sind. Dabei ist jedes Kohlenstoffatom mit drei anderen Kohlenstoffatomen verbunden. Zwischen den Ebenen gibt es nur Van der Waals Kräfte. In Tiefen ab 150 bis 200 Kilometer ist Diamant die stabile Varietät des Kohlenstoffs. Diamant ist transparent, extrem hart und kubisch. Hier sehen wir die Diamantstruktur. Sie ist ganz anders als die Graphitstruktur. Jedes Kohlenstoffatom ist mit vier anderen Kohlenstoffatomen gerüstartig über kovalente Bindungen verbunden. Gehen wir nochmals zurück zur Graphitstruktur. Wenn ihr euch diese anschaut, was denkt ihr, wenn ich mit dem Hammer auf den Graphit draufschlage, wo wird diese wohl auseinanderbrechen? Natürlich parallel zu diesen Ebenen. Zwischen den Ebenen hat es nur Van der Waals Kräfte und somit nur eine schwache Anziehungskraft zwischen der einen und der anderen Ebene. Somit wird der Graphit entlang dieser Ebenen brechen, aber sicher nicht senkrecht zu den Ebenen. Folglich hat der Graphit genau eine sehr gute Spaltbarkeit, nämlich genau parallel zu den Ebenen. Wir sehen anhand der Spaltbarkeit des Graphits, dass die Eigenschaften von Mineralien richtungsabhängig sein können. Man nennt dies Anisotropie. Das Gegenteil ist Isotropie, also die Richtungsunabhängigkeit von Eigenschaften. Kubische Mineralien und amorphe Substanzen sind Isotrop. Alle anderen Mineralien haben mehr oder weniger stark ausgeprägte Anisotropien. Wie der Graphit hat auch der Biotit, den wir im ersten Video kennengelernt haben, eine sehr gute Spaltbarkeit. Wir konnten so Ebenen von Biotit lösen. Dies funktioniert aber nur entlang dieser Richtung. So kann ich keine Ebenen von Biotit ablösen. Die unterschiedlichen Farben des Kunzits, welchen wir ebenfalls im ersten Video gesehen haben, ist auch ein gutes Beispiel von Anisotropie. Gut, fassen wir zusammen, was wir gelernt haben. Wir haben gesehen, dass es in Mineralien unterschiedliche Packungsmöglichkeiten der Atome bzw. Ionen gibt. Da die einzelnen Atome in Mineralien unterschiedliche Grössen haben können, kann ein einzelnes Atom von zwei bis zu maximal zwölf anderen Atomen umgeben sein. Um die Struktur eines Kristalls beschreiben zu können, müssen wir dessen Elementarzelle definieren. Die Elementarzelle ist die kleinstmögliche Einheit eines Kristalls, in der alle Informationen zum Aufbau des Kristalls enthalten sind. Wir können die Geometrie der Elementarzelle mit Hilfe der drei Achsen A, B und C sowie der drei Winkel Alpha, Beta und Gamma beschreiben. Es gibt verschiedene Kombinationen der drei Achsen und der drei Winkel, woraus sich sieben verschiedene Kristallsysteme ergeben. Im kubischen System zum Beispiel sind die drei Achsen A, B und C genau gleich lang und die drei Winkel Alpha, Beta und Gamma sind alle 90 Grad. Einige Substanzen können abhängig von Druck und Temperatur unterschiedliche innere Strukturen aufweisen, wodurch diese Substanzen abhängig von Druck und Temperatur verschiedene Mineralien bilden. Dies bezeichnet man als Polymorphie. Und zum Schluss haben wir gesehen, dass viele Mineralien richtungsabhängige Eigenschaften haben. Dies bezeichnet man als Anisotropie. Soviel vorerst zur Struktur von Mineralien. Wenn wir uns später die einzelnen Mineralien im Detail anschauen, werden wir nochmals auf die Strukturen zurückkommen und diese vertiefen. Doch vorher werden wir uns erst einmal fragen, wie überhaupt so ein Mineral entsteht. Und damit machen wir weiter im nächsten Video. Bis dann!